ja auch hoch und so soll dazu paar 25 betrifft die muss mit dem schocken der p hallo Prozent das gleich noch und schon ich bin Christengefecht erweckt das ist er das mit der mit den Schiffen damit auch noch gut zum Beispiel ich bin muss 8 bis 16 Zeichen wenn Oh, muss ja nicht mit einem Metall und... Alter. Jetzt weiß ich, warum es mein Passwort nicht akzeptiert hat. Großschreibung? Ja. Passiert mir auch oft. Ich bin eh, ich muss Großschreibung ins Passwort reinhaben, weil's sonst nicht voll cool ist. Weiß, wie ich mein, gell? Ha. Daily... The Daily Claw. Claw. Claw ist, glaub ich, in Play for Free. Nimm mal wieder den HJ-Zoldaten. Deine Namen sind so abgefuckt, genial. Wie sind wir eigentlich noch mal auf die Idee gekommen, sich so zu nennen? Getötet hab ich ihn. Was hab ich denn jetzt? Ich hab irgendwas tolles bekommen. Ah, wir haben so behinderten Hut, ey. Dick. Aua, Granatenflut hat mich getötet, genau. Die hat mich mit Granaten aus dem Panzer rausgeholt. Und ich war Fahrer. Eine Freund-Benachrichtigung. Zehn neue Schatten. Kann ich die aufmachen? Für die Mission, nein. Da brauchst du Schlüssel und die kosten Geld. Ordentlich Geld. 400... Äh. Ein Schlüssel. Wollt ihr mich verarschen? Kevin? Hier. Hi. Hi. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Soldatenwechsel. Ich hab grad Heil gesagt. Das muss ich der Endgame machen, gell? Hm. Im Launcher gesagt, Endgame ist ein bisschen viel. Hast du gesagt, Heil? Heil. Lol, jetzt muss ich wieder updaten, ey. Das ist zur Scheiße, ey. Auch der Haifisch, der hat Tränen. Oh, what the fuck? Rammstein. Hmhm. Was machst du gerade? Ich töte Leute. Kann ich mir jetzt aufdenken. Oh, oder konnte ich das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob du dir das irgendwie konntest. Ich brauche jetzt auf YouTube nach. YouTube. No, cast yourself. Oh. 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 Oh, fuck. Kennst du? Na klar. Hör mal, hör mal, kennst du? Das sah gerade so aus, als würde er den Panzermessern. So ein Bobo. Wie kann man den Messern? Ja, keine Ahnung, das sah so aus. Ja. Als Snap- Schneider. Ja, da war ne MG. Gamearty for German 690 hat das positiv bewertet. Ich will aber nur Applaus anzeigen, bitte. Das Spiel wurde erfolgreich auf die APL-Version geabtated. Möchtest du das Spiel jetzt sch- Bäh-bäh-mäh? Ja, so eine Dore gefragt. Das hat man das letzte Mal schon. Nee. Wie denkst du? Bin ich nicht. Immer. Aua. Max-Fulls Maschinengewehr. Kost-Eingang. 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 Der Tite. 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 Ja, bei mir steht empfohlen Kanäle, Table Tennis Gamer, PizmiTV, iBlali, Shuffle LP. Kost-Eingang. Wie bist du die Neuersion? Das bin ich nicht, ne? Dann Spark of Phoenix. Und ganz viel andere. Der Emiro. Was steht noch? Ah, ich kann Daisy abonieren, gell? Stimmt doch nicht behindern. oder so, ne? Da haben Digital... Digital Illusion... Ja, die muss ich abonnieren. Guck mal. Hallo? Ja, letzten Kill gemacht, geil. Leck mich am Arsch. Warum schreibst du mir Fragezeichen? Ja, weil du vorne aus dem DS rausgegangen bist, irgendwie. Ach soooo! Jetzt fast bin ich das. Voll behindert. So, ich geh runter von ihm, so wird das Kacke. Ja, ich bin Cowboy. So, da bin ich wieder erst jetzt in der Worte Schlange. Alter, wenn das auf den Sack geht, ey. Ja, das ist das Schlimmste an dem Spiel. Weißt du, und das zeigt dir noch nicht mal den Platz an, oder so? Ja, gut, das ist auch nicht ganz so schlimm. Das kann man verkraften. Das kann man verkraften. Was ist ein Sperrfeuer? Erhöre die Prozession deines MG´s und dass du den Beschuss auf ein einzelnes Ziel konzentrieren kannst. Granatenschlucker. Heilen. Prozent. Einstecken. Dauerbla. Hm, genau, ich bin's, Kollege de Bob. Tempo. Boah, ich... Ich kaufe nichts. LOL! Das war jetzt kaputt. Nice! Wie! Was ist denn das? Schütz dich mit einem Schild, der Schaden absorbiert. Ja, das ist ein Moment. Züge können fahren, ja, 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 das können sie. Von früh bis abend. Ich bin in der Warteschlange. Hä? Das hat's mich nicht rausgekickt. LOL! Schon wieder dieser behinderte Fehler, Alter. Ich schmeiß das Spiel aus dem Fenster, nicht? Ja, voll. Du schmeißt dein Rechner aus dem Fenster. Das macht am meisten Sinn. Ja, Mann. Nur wegen dem Spiel. Ja. Alter. Ich hab' gar nicht klar, ey. Weißt du, ich will spielen. Ich will ein... ...loses Spiel spielen. Nee, weißt du... Oh, wir müssen erstmal voll die Fehlermeldung zeigen. Ja, genau. Das Spiel wird gestartet. Schau dir in der Zwischenzeit diesen fantastischen Trailer an. Alles klar. Also, werde ich nicht. Das Video ist in... ...muss in der... Ach, scheiße. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Peggy's gesehen. Bei FIFA Manager hat er gesagt, Peggy null. Da hätten sie es auch ganz weglassen können, wenn ich... ...so sagen soll. Hm, genau. Ich bin das Spiel. Ich lecke. Boah, Alter. Den Trailer, den musst du dir angucken. Weißt du so richtig... Ich hab'n schon gesehen. ...richtig schlimm gemacht, ey. Und dann... Oh, ich bin... Voll die scheiß Grafik. Voll die Comic-Grafik. Ich hab'n 2-0 schon gesehen. Ich hab'n 2-0 schon gesehen. Aber die Comic-Grafik ist das schl... Äh, wenig... Am wenigsten schlimmer. Stimmt. Also... Da den ist ein bisschen zu spart. Das ist ja kein bisschen zu spart. Das ist ja zuviel geworden. Überraschung. Dass das ein bisschen zu spart. Das hat das... Das ist auch nicht zu spart. und so. Ich freue mich schon auf die Weihnachtsmannung.